Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Nein, wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galater absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gut, wir werden sie in. Ich weiß nicht, ob diese Schweinepriester was vom Kämpfen verstehen. Eure Heldentaten geben uns allen neue Hoffnung. Habt Dank. Wir stehen hinter euch. Man sieht uns nicht gleich, aber wir sind da. Die Sache ist gerecht. Gott ist mit euch. Eure Sache ist gerecht. Gott ist mit euch. Gut. Sehr gut. Wie wir Gott eure Hand führen. Nur Mut. Wir stehen euch bei, Freund. Wir sind wichtig. Weg hier! Nicht zu weg hier! Einfach nur weg hier! Nicht zu weg hier! Einfach nur weg hier! Komische Kleidung! Bestimmt ein Franzos! Ekelhaft! So ist gut! Das ist unser Griechischer Fiegenfender! Wie ein Löwe! Fiskalade! Wir stehen hinter euch! Weiter so! Fiskalade! Was ist das? Also, das war gekonnt. Was? Eure Sache ist gerecht. Gott ist mitweist. Ihr werdet sieben. Möge das Glück euch überholen sein, mein Freund. Acht! Eure Sache ist gerecht. Gott ist mitweist. Weiter so, Bruder. Tut er haltet, aber wir lieben dich. Abgemacht. Ich bin unschuldig. Versteck mich! Schau! Ich bin unschuldig. Schau! Höhe! Da hört sich nicht. L forgotten weg hier! Einfach nur weg hier! Ich ziehe euch das Fell über die Ohren. Ich ziehe euch die Ohren, ich ziehe euch die Ohren, ich ziehe euch die